Kerkam Weltreisemobile, die Abenteuer Allrad 2023, direkt im Eingangsbereich, rechte Seite, hier steht der Kai. Moin. Du bist einer der Chefs, richtig? Das stimmt, richtig. Ja, du bist noch so jung. Naja, 35. Das kommt drauf an, aus welchem Blickwinkel man das sieht, oder? Ja, die meisten, die früh angefangen haben, der Geschäftsführer von Morello zum Beispiel, ist in deinem Alter. Der hat mit 16, glaube ich, angefangen. Wie lange bist du schon dabei? In vielen Positionen arbeite ich, glaube ich, seit meinem 19. Lebensjahr. Also nicht gleich als Geschäftsführer, das ging dann langsam hoch, aber in der letzten Riege sozusagen jetzt schon seit fünf Jahren. Das ist ganz wichtig, denn vielen jungen Leuten wird das ein bisschen aberkannt, dass sie sich gut auskennen. Bei dir ist das ganz anders, das habe ich schon gehört. Wir haben ein schönes Fahrzeug, was hier steht. Das ist ein Kundenfahrzeug. Die Kunden haben sich bereit erklärt, auch mal Fahrzeuge hierher zu stellen. Ja, gerne sogar. Gerne, sehr gerne sogar. Wir haben generell einen sehr guten Kontakt mit den meisten Kunden von uns. Und die freuen sich auch, wenn sie mal was zeigen dürfen, weil der Besitzer ist ja in der Regel auch sehr stolz auf das, was er gekauft und wir gebaut haben. So, wir haben übrigens ein Richtmikrofon. Der Lärm ist nicht zu hören, gar nicht. Der ist komplett weg. Das ist der Grund, warum ich einen Kopfhörer trage. Denn hier geht es gerade richtig die Post ab. Ihr seid aber auch in der Eingangsstraße hier, was da ist. Genau, zweiter Stand direkt rechts hinter dem Eingang. Das heißt, wir kriegen wirklich alles mit, was hier momentan rein und raus geht. So, ich habe mich gerade eben mit Iveco West unterhalten, dem Geschäftsführer. Der meinte, ein Jahr Lieferzeit im Moment auf Daily 4x4. Bei mir nicht. Bei dir nicht? Bei mir nicht. Ich habe noch vorbestellte Dailies, die voraussichtlich im September kommen. Das heißt, du hast Bauplätze eh schon reserviert für Kunden, die gerne einen hätten. Das System bei euch ist ja, der Kunde kriegt das, was er will. Ist das korrekt? Das ist richtig. In der Regel bauen wir sehr individuell. Also es gibt auch Grenzen bei uns, aber wir machen fast alles möglich, was die Technik irgendwie hergibt. Und ja, vor allen Dingen, was der TÜV halt auch abnimmt. Also ist zum Beispiel größer der Kunde? Kunde 2,10 Meter. Geht das? Genau, dann können wir die Kabine gerne um 10 Zentimeter erhöhen. Wir haben jetzt schon eine Stehhöhe von 2,07 Meter drin, aber wir haben tatsächlich auch einen Kunden. Ich weiß nur ein Beispiel. Er hat es jetzt aber mit 75 verkauft und hat sich in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Wir haben es gekauft als Familie und werden das jetzt fortführen. Okay, du bist auch schon lange dabei, dass man das... Ich kenne euch noch gar nicht, muss ich sagen. Ich fange mal bei Null an, weil ihr seid einer der bekanntesten wirklich Hersteller in Deutschland. Hier haben wir eigentlich ein typisches Beispiel, wo das Fahrgestell eigentlich optionslos ist. Das heißt, also sowas baut kein anderer. Dieser Daily 4x4 mit drei Sperren, mit dieser 8-Gang-Wandler-Automatik, mit diesem Pkw-like unter 7,5 Tonnen. Das ist ein wirklich tolles Segment. Und das Basisfahrzeug ist wirklich gut, oder? Ja, also man muss sagen, dieses Fahrzeug ist natürlich für die italienische Armee entwickelt worden. Ein MAN ist noch ein bisschen straßentauglicher als der. Aber man sagt ja auch kleiner Unimog zu dem Auto. Also der kann im Gelände schon richtig was. Und man fährt mit diesen Autos ja nachher auch nicht 150 auf der Straße, sondern eher 80 bis 100. Und da kann man entspannt mit cruisen. Ja, ihr habt einige Sachen hier verändert. Unter anderem hier ist das Fahrwerk anders, wenn der Kunde das möchte. Also ihr könnt auch wirklich das Fahrzeug später auf das Gesamtgewicht nochmal anpassen. Also von der Fahrdynamik vom Fahrwerk. Ja, das ist richtig. Also mehr als 7 Tonnen holen wir aus der Einzelbereifung beim Daily nicht raus. Das geht einfach nicht, dürfen wir nicht. Traglast auch, oder? Ja, aber wir können auf jeden Fall Fahrwerksoptimierungen machen, was einfach das Fahrverhalten nachher des Fahrzeugs noch weiter verbessert. Das Fahrzeug selber kommt ja schon ab Werk. Du hast es eben erwähnt, gebaut fürs Militär. Alles aus Metall, Stoßstange, die Schäkel, das sind wirkliche Abschleckschäkel, oder? Genau, richtig. Da kannst du wirklich was mitziehen. So, dann sieht man, Unterfahrschutz ist mit dabei, aber der ist auch nicht so ausgeführt. Das ist kein Spielzeug. Das ist alles da. Es gibt viel Zugehör ab Werk. Ich sage mal so, die Entscheidung unter 7,5 Tonnen hat ja auch in der Praxis einige Vorteile. Ich kann ein bisschen schneller fahren. Das ist der Vorteil. Ich habe weniger Wartungskosten, also oft haben die großen LKWs, ja, MAN, wenn ich da denke, so ein großer, viele wissen das gar nicht. Da ist man schon mal 7.000 bis 10.000 Euro im Jahr dabei. Ja, obwohl ich sage, der größte Vorteil liegt da drin, dass der alte Klasse 3 Führerschein halt mit diesem Fahrzeug noch funktioniert. Ist das immer noch so? Das ist immer noch so. Also, wer den alten Klasse 3 hat, der darf bis 7,5 Tonnen fahren. Das heißt, der dürfte dieses Fahrzeug bewegen, ohne dass er nur einen Führerschein machen muss. Ja, und der ist auch, glaube ich, einfacher zu machen, der CR-NCI. Also, wenn man ihn nachmachen möchte, geht so, oder? Nee, das würde ich gar nicht sagen. Man braucht, wenn man ihn hat, keine Gesundheitszeugnisse. Das ist natürlich gerade für die Kundschaft, die ein bisschen älter ist. Also, meistens kommt sie trotzdem durch, aber der Bammel ist halt erstmal da, vom Arzt zu gehen und dann kann man das gut tun. Obwohl man jedem auch sagen kann, der große Führerschein ist auch kein Hexenwerk und auch die ärztliche Untersuchung nicht. Absolut, ja. Denn, sag mal, der C, der wurde uns ja auch in die Wiege gelegt, ja, leider nur in der Version mit etwas mehr Anhängelast und der verfällt automatisch, wenn man 50 ist. Das ist leider so. Man kann ihn zwar verlängern, aber da muss man zum Arzt gehen. Hierzu ein C1E, aber dieses Fahrzeug, was hat das an Zuladung? Was kann ich hier ungefähr noch reinpacken? Also mit vollen Tanks sind wir immer noch ungefähr bei 1,3 Tonnen, die zugeladen werden. Echt? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja. So, das heißt, ihr habt das auf Leichtbau optimiert, das ganze Fahrzeug? Äh, jein. Also der Möbelbau ist schon sehr robust, so wie man das von uns kennt. Allerdings bietet dieses Fahrzeug so viele Reserven, dadurch, dass das Fahrgestell auch deutlich leichter ist als natürlich bei einem großen MAN, dass wir wirklich noch gut hinkommen mit der Tonnage. Ihr baut hier solche Details selber hier, wie die Kästen? Äh, nee. Nee, das sind tatsächlich Zukaufteile. Also wir machen Spezialanfertigungen, wenn jemand jetzt, weiß ich nicht, um die Reifen das noch haben möchte, oder... Einfach nur fragen. Genau, richtig. Fragen. Aber... Okay, ich zeig mal. Also für mich ist auch das erste Mal, dass wir das sehen, das ist jetzt der GfK sichtbar in dem Fall. Vielleicht beim Servitieren etwas schlechter ausbesserbar, aber der Vorteil ist, es ist sehr leicht zu reinigen. Das heißt, du siehst den Schmutz da gar nicht, oder? Genau, richtig. Wir haben jetzt sogar hier noch eine Gitterstruktur auf dem GfK drauf, was auch nochmal dafür sorgt, dass wenn man mal Kratzer im Auto hat oder so, also die sind einfach noch schwerer sichtbar durch diese Struktur. Ist total dankbar, oder? Ja, ist sehr, sehr dankbar, auch was das Saubermachen angeht, weil wer glatten Autolack kennt, der weiß, wie man Streifen rauspoliert. Das muss man hier so gut wie gar nicht machen. So, die Patina ist hier auch schon vorhanden. Der hatte schon ein bisschen Feinkontakt. Ja, ich habe mal versucht, Kerkam Reisemobile bei mobile.de, wird man kaum welche finden. Der Werterhalt ist sensationell, oder? Ja, also unglaublich. Gerade mit den Preissteigerungen, die im letzten Jahr stattgefunden haben, auch von den Herstellern, haben die Fahrzeuge momentan praktisch in den ersten zwei Jahren keinen Wertverlust. Das ist so, selbst wenn man sie lange fährt. Die Grundrisse, habt ihr Standardgrundrisse? Das heißt, der Kunde kann da drauf zurückgreifen. Könnt ihr jeden Grundriss reproduzieren, den ihr je gebaut habt, theoretisch? Ja, das können wir. Wir raten immer dazu, Standardgrundrisse zu nehmen, weil das natürlich Grundrisse sind, die erprobt sind. Und ganz oft geht es um Kleinigkeiten im Möbelbau, die einfach nachher störend im Doing sind. Aber wenn der Kunde natürlich jetzt sagt, ich möchte gerne, weiß ich nicht, anstatt Schublade da eine Klappe haben oder ich möchte das Bett zehn Zentimeter länger haben oder ich möchte einen Kleiderschrank haben, dann können wir das alles tun. Wir können theoretisch auch noch die Kabine nochmal 20 Zentimeter länger machen, um das Bett länger zu machen. Also wie gesagt, da sind wir sehr offen. So, hier vorne sieht man was ganz Pragmatisches. Ihr habt einen quadratischen Kasten drauf gebaut. Das finde ich sensationell. Und dann habt ihr außenrum Anfahrschutz ohne Ende gebaut. Die sollen bewegt werden. Da fühlt ihr sich am wohlsten, oder? Wenn, ich sage mal, Äste, Gebüsch und so weiter. Genau, richtig. Also der Anspruch ist schon ein sehr praxisnahes Fahrzeug zu bauen. Natürlich ist Design mittlerweile auch ein wichtiges Thema. Das Fahrzeug, was wir jetzt haben, ist drei Jahre alt. Das können wir mittlerweile auch noch moderner. Aber ich finde es cool. Ganz ehrlich, ja. Es ist so zeitlos. Also viele werden mich jetzt wieder dafür schlagen. Aber es ist manchmal, weißt du, Form, Follows, Function. Was willst du jetzt anders machen jetzt hier groß? Also du könntest hier oben noch was reinlasern, könntest irgendwelche anderen Sachen dran machen. Aber es funktioniert ja. Genau, richtig. Geschmack liegt ja immer im Auge des Betrachters. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass der Kunde sich das nachher so aussuchen kann, wie er das gerne haben möchte. Aber wie gesagt, wir könnten theoretisch auch noch Schrägen in die Autos setzen. Das wäre auch kein Problem. Und natürlich drinnen vom Möbelbau, vom Holz, vom Fußboden. Das ist frei konfigurierbar. So, und da kann er sich ja eh. Ist es witzig, dass viele, viele Kunden, wo ich Feedback bekomme, die sagen, ich hätte das Auto gern genauso, wie es da steht. Ist es bei euch auch schon mal so, dass die sagen, hier, das passt? Ja, doch. Also wir haben viele Kunden, die natürlich irgendwann mal ein Auto irgendwo gesehen haben von uns und dann kommen und sagen, der war so cool, den möchten wir gerne auch haben. Oder dann wirklich nur noch minimale Änderungen machen. So, und die ist auch regensicher. Ist die auf hinten? Können wir mal öffnen? Jetzt mal reinschauen. Ist auf. Sehr schön. Gasdrucktämpfer mit drin. Dann ein kleines Detail. Das muss man auch erkennen. Es kann in Strömen regnen. Das macht der Klappe nichts, oder? Nee, wirklich. Die Klappen sind gegen Regen absolut wasserdicht. Und vor allen Dingen, die Kabinen sind absolut kältebrückenfrei. Okay, das heißt, das Material hier außen ist das gleiche wie praktisch selbe GFK wie das Sandwich oder in dem Fall? Also das, was wir jetzt hier außen sehen, ist tatsächlich nochmal ein Aluminiumprofil, was aber nur als Anfahrschutz sozusagen dient. Hat überhaupt keinen, also hat nichts mit der Stabilität zu tun. Und die Kabine an sich besitzt auch keine Verstrebungen etc. Innendrinne, Aluminiumprofile oder, oder, oder. Was sozusagen als Kältebrücke dienen würde. Das heißt, wir haben hier wirklich drei Millimeter GFK von außen. Dann haben wir 5,5 Zentimeter Schaum in der Mitte. Und dann kommt von innen noch die berühmte Kerkammschraubschicht. Also das heißt, wir können Möbel, Schrauben, Haken mit einer sehr guten Festigkeit von innen direkt in die Kabine verschrauben, müssen nicht kleben. Das ist beim Offroad-Fahren ja immer wichtig. Gut, also zum Beispiel die ganz typische Rüttelstrecke, Waschbrett und so weiter, das halten die selbstverständlich aus, oder? Das halten sie selbstverständlich aus. Dafür sind sie gebaut. So, jetzt sieht man hier die Holzauswahl. Gut, ihr müsst hier Leichtbau bauen. Das ist so ein Multiplex-Material. Aus welchem Holz ist das meistens? In der Regel ist es Pappelsperrholz, was wir als Trägermaterial haben. Und dann kann man das Furnier frei wählen. Wir können aber auch mit modernen Werkstoffen bauen. Ich sage mal Eierpappe. Diese schönen, schönen ultraleichten Werkstoffe, die wir nachher dann auch beziehen, funktioniert auch. So, alles so ein bisschen für die Ewigkeit gebaut. Erinnert mich sehr an Nutzfahrzeugqualität. Kann man das sagen? Also von den Beschlägen und so? Ja. Also wir haben überall hier KZT-Beschläge drin. Wer sich in der Branche auskennt, weiß, dass das einer der größten Namen hier ist. Auch KZT-Fenster. Da machen wir einfach durch die Bank weg sehr, sehr gute Erfahrungen mit. Man muss auch wirklich sagen, wir haben mittlerweile weit über 100 Fahrzeuge gebaut. Wir haben diverse Einbruchsversuche in Kundenfahrzeuge gehabt. Aber wir können stolz sagen, es gab nicht einen einzigen Dieb, der es geschafft hat, in ein Fahrzeug zu kommen. Ja, vielleicht mit der Flex und genug Zeit. Oder eine Motorsäge. Wie die Feuerwehr quasi. Genau. Dann würde es gehen. Aber es geht ja auch darum, die Leute haben ja keine Zeit. Da fängt das Ganze nämlich an. Hier sieht man pragmatisch die Treppe an der Stelle. Da gibt es kein Problem. Die Geländefähigkeit hier ist erhalten. Der Radstand, ist das ein beliebter Radstand hier? Er ist der lange Radstand tatsächlich. Der 4,12 m, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. Brauchen wir bei der Kabinengröße, die wir hier haben. Wir sagen ja auch ganz bewusst Weltreisefahrzeuge. Die Fahrzeuge sind geländetauglich und auch Offroad fähig. Aber ganz klar, ein Fahrzeug, was hinten eine große Heckschräge hat, hat noch mehr Bashungswinkel als der. Bei den Fahrzeugen geht es darum, ein hohes Maß an Komfort, ein hohes Maß an Qualität und natürlich dann auch Gelände zu erreichen. Ja, schönes Fahrzeug für vier Personen. Stockbecken im Heck. Ich liebe die. Dann der Eingang im Heck. Das ist hier ein richtiger Familienbomber, oder? Genau. Wir sehen ja jetzt nur ein Stockbett. Der Kunde, dem das Fahrzeug gehört, der hat nur ein Kind. Aber das zweite Stockbett kann man in fünf Minuten wieder einsetzen. Wir können sogar bis zu drei Steck, also drei Betten bauen. Dann würde allerdings ein Teil der Garage hinten für das dritte Bett noch drauf gehen. Das ist auch neu für mich. Hier am Eingang hast du Schränke mit drin. Also das habe ich so noch nie gesehen. Wirklich noch nie. Also das ist auch schön viel Platz. Also dass man die wichtigsten Sachen wie zum Beispiel Winterbekleidung und so weiter da unterbringen kann. Dann habt ihr schön verfilzt. Das liebe ich auch. Es soll ja nicht klappern. Das ist so, denn man darf ja in der Kabine sitzen. Also das ist der Vorteil. Ihr habt glaube ich zwei Sitzplätze in der Kabine oder bis zu vier. Geht das? Bei dem Fahrzeug haben wir es jetzt tatsächlich nicht. Aber wir können klar Gurtböcke einbauen und dann nochmal zwei weitere Sitzplätze in der Kabine realisieren. So, ich steht zum allerersten Mal in Kerkheim. Also für mich absolute Premiere. Und das Fahrzeug ist seit drei Jahren in Gebrauch. Und man merkt so richtig, hier kannst du an allem rütteln und ziehen und machen und tun. Das ist für die Ewigkeit gebaut. Also wir haben auch wirklich keine Schraube nachgezogen. Nichts. Du kannst hier jede Schublade rausziehen. Kannst dir die Qualität angucken. Deswegen finde ich es immer sehr toll, wenn man Fahrzeuge hat, die schon mal zwei, drei Jahre bewegt worden sind. Weil ich finde, die Qualität eines Autos siehst du erst, wenn es bewegt worden ist. Da hat ein Gastank mit drin. Eine Truma. Finde ich auch ganz pragmatisch. Also funktioniert. Tut, was es soll. Und auch hier, wenn du mal kurz reinkommst, diesen Grundriss hier. Das ist ein absoluter Klassiker, muss man schon sagen. Also so sind viele Alkoholfahrzeuge ja aufgebaut. Du hast ein Querbett vorne. Die Tiefe von dem Bett, was hat die ungefähr Länge mal breit? 1,50 Meter mal 2,15 Meter, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also für lange Personen gar kein Thema. Genau. So, dann auch das Thema Heizen im Winter. Die sind vollkommen winterfest, weil alle Tanks innen liegen sind. Das ist richtig. Alle Tanks sind innen liegen. Alle Auslässe nach draußen sind auch so gesichert, dass dort sozusagen kein Frost reinziehen kann. Wir haben diverse Kunden, die sind mit den Fahrzeugen bei bis zu minus 30 Grad unterwegs gewesen. Also können wir wirklich sagen, absolut winterfest und auch erprobt. So, hier auch das Fenster. Mückenschutz gibt es ja. Dazu müsste man das Fenster schließen und das kleine Fenster öffnen. Dann hätte man einen, richtig? Genau, richtig. Oder einen anderen davor kletten. Ja, es würde theoretisch sogar noch gehen, ein großes Rollo nach vorne zu setzen. Also ein Plissé sozusagen mit Mückenschutz. Das wäre auch noch machbar. So, habe ich aber noch nicht gesehen. Dann Fusion aus dem Bootsbereich. Habt ihr eine Soundanlage installiert. Gibt es in den Personalkajüten oft, ja, bei den Yachten, weil du siehst. Denn hier kannst du per Bluetooth alles verbinden. Tolles Radio mit drin. Ich glaube, das geht in Europa nur nicht. Das XM. Aber das ist wirklich richtig toll. Das Soundsystem, ganz unauffällig. Verbaut ihr das oft, das Fusion? Oder ist das Kundenwunsch? Das ist Kundenwunsch. Aber wir verbauen es relativ häufig. Es gibt aber auch diverse andere Soundsysteme, die optional gewählt werden können. Also das kann der Kunde mitbestimmen. Wenn der Sightcheck im Fusion kein Thema. Genau. Wir sind jetzt momentan mit der Firma Alpine dran, was zu machen. Da kommt nächstes Jahr was. Da freue ich mich schon sehr darauf, das vorzustellen. So, denn hier vorne siehst du, KZT werden wir morgen ein großes Interview führen mit den drei Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen, die jetzt mittlerweile da sind. Ja, die sind ja schwer am Machen. Aber bessere Fenster wie KZT, sagst du, das sind die besten am Markt, oder? Ja, definitiv. Und hier kann man stufenlos verstellen. Wichtig ist der Einbruch oft von oben. Deswegen machen viele gar keine Fenster rein oben, haben Angst. Aber mit den KZT-Fenstern, ist das begehbar, das Fenster? Das Fenster ist nicht nur begehbar, da kannst du sogar mit dem Hammer draufschlagen. Also wir haben mal einen Test gemacht, was man tun muss, um so eine Scheibe zum Bersten zu bringen. Mit normalen Mitteln fast nicht machbar. Das ist wirklich Sicherheitsglas, was da drin ist. Krass. Der Aufstieg ist wahrscheinlich hier über das Polster, gehst du hoch, oder? Genau, richtig. Du einfach unten über die Trittstufe und dann nach oben. Wer natürlich gerne möchte, können wir vorne auch noch eine Leiter anbringen, aber der Kunde wollte es nicht. Wo liege ich bei dem Fahrzeug hier ungefähr im Moment? Also wenn ich es jetzt bestellen würde und käme es 24 schon? Das Fahrzeug würde tatsächlich drittes, viertes Quartal 24 kommen. Das kommt natürlich sehr auf die Konfiguration an mit dem Preis. Irgendwo zwischen 400.000 und 500.000 Euro würden wir aber liegen. Dazu hätte ich dann ein Vier-Personen-Fahrzeug unter 7 Tonnen, mit 1,4 Tonnen Zuladung, mit drei Sperren als Doppelkabine. Also richtig viel Platz, auch für einen Hund, der könnte da drin sitzen. Alle sind voll klimatisiert in der Doppelkabine, ist auch ein Vorteil. Und dann natürlich hier diese Einbruchshemde. Schau mal hier, diese kleine Klavierbahn aus Edelstahl. Klein ist nett gesagt, ne? Ist doch schön, oder? Wieder mal zu sehen. Ja. So, wenn du die mal bitte für mich öffnest, in der Hoffnung, du kannst ja von innen wahrscheinlich immer öffnen. Und da siehst du, das Coole ist, dass das Fahrerhaus komplett getrennt ist. Das heißt also, wenn du in der Kabine bist, siehst du von dem Auto eigentlich nichts. Das stimmt richtig. Und man kann es auch von innen sowie von außen ordentlich verschließen. Also wir haben in allen Türen und Klappen wirklich Sicherheitsschließanlagen drin. Die aufzumachen ist wirklich nicht einfach. Und wenn man das Fahrzeug verschifft, dann muss man das auch zumachen können, weil man will ja nicht, dass Menschen während der Verschiffung nach hinten in die Kabine kommen können. So, Daily Fahrgestell. Kommt das auf einen Zwischenrahmen? Also der hat ja, glaube ich, schon einen kleinen Zwischenrahmen mit drin. Wie stark kann ich den jetzt verbinden? Kann ich da jetzt über einen Baumstamm fahren mit einem Kerkamm oder reißt die Kabine dann? Nein. Also wir haben generell Federlagersysteme unter den Autos drin. Das heißt, der Zwischenrahmen ist in der Lage, sich vom Hauptrahmen des Fahrgestells zu lösen. Zumindest teilweise, so dass Geländefahrten auch gut machbar sind, ohne dass wir Risse etc. in der Kabine bekommen. Haben wir bis jetzt auch noch nicht ein einziges Mal gehabt, dass wir nur einen Riss in einer Kabine hatten. Ist vorne das Fahrerhaus fest verbunden mit dem Aufbau oder ist das flexibel gelagert? Genau, das ist flexibel. Also das heißt, wir haben einen Gummibald zwischen Fahrerhaus und Kabine. Das heißt, Kabine kann sich unabhängig vom Fahrerhaus bewegen und verbinden. Ja, bitte da genau hingucken. Es gibt auch welche, die bauen auf Daily 4x4 auf, verbinden die Fahrerhäuser fest. Die sind dann nicht Gelände. Die sind dann, ich sag mal, ich glaube, die heißen geländefähig und die anderen heißen, glaube ich, geländegängig. Der Unterschied ist dramatisch. Bei den einen kannst du richtig Verwindungen machen, kannst es, glaube ich, auf einem Rad stehen lassen und so weiter. Gut, es gibt auch da Grenzen wahrscheinlich, oder? Es gibt immer Grenzen, obwohl ich sage, die Grenze bei diesem Fahrzeug ist eher die Größe des Fahrzeugs beim Gelände als das, was er wirklich kann. So, denn der Allrad, also gerade der Mann, hier Chef Iveco West hat gemeint, die meisten sind noch nicht an die Limits von dem Fahrzeug jemals rangekommen. Also das Fahrzeug kann mehr als der Popo signalisiert oft, ja. Ich wollte gerade sagen, man muss es sich trauen und das tun in der Regel wirklich nur sehr, sehr erfahrene Offroad- und Geländefahrer. Ich glaube, 90 Prozent der Kunden, die sich so ein Fahrzeug kaufen schaffen, ist noch nicht mal 50 Prozent von dem auszukitzeln, was machbar wäre. So, und das Eiche? Genau, wir haben hier eine Kombination aus Eiche und weißem HPL. Und das weiße HPL, ich gucke mal gerade, ist hier Möbel verwendet? Genau, also alles, was wir jetzt als weiß sehen, haben wir weißes HPL. Also HPL, vielleicht noch mal kurz zum Erklären, das ist das Material, mit dem solche Küchenarbeitsplatten, die extrem belastbar, also das ist nicht nur eine Folie, die aufgeklebt ist, das macht ihr alles selber, oder? Das wird bei uns in Elmshorn gemacht, also Möbelbau sowie alles andere. Wir haben viele Partnerbetriebe, mit denen wir zusammenarbeiten, aber alles kommt sozusagen bei uns, also die gesamte Planung und nachher auch die Vergabe der einzelnen Gewerke passiert bei uns im Haus. Sehr schön. So, komm, wir zeigen mal den schönen Vitrifrigo, denn da habt ihr wieder mal aus dem Schiffsbau eine tolle Anleihe gemacht, einen Kühlschrank in Schubladenform. Das hat sich der Kunde so gewünscht? Das hat sich der Kunde so gewünscht. Es gibt bei diesem Grundriss zwei Optionen, entweder wir machen hier oben zu und haben dann einen großen Kühlschrank oder wir verbauen diese Kühlschublade, dann hat man natürlich noch ein bisschen mehr Raumgefühl hier vorne im Fahrzeug drin. Das Raumgefühl, wenn du hinten liegst, ist irre groß. Also Gesamtlänge nochmal, sind wir unter acht oder knapp über acht? Ja, wir sind knapp unter acht. Ich glaube ein wesentliches Maß, wenn du denn doch mal auf einen Campingplatz fährst. Ich meine, gerade in Portugal habe ich jetzt gerade eine Story gedreht, wurden die wieder mal weggeschickt, wurde auch gleich der Campingplatz genannt und du weißt selber in Frankreich und so, die Franzosen campen auch gerne und je kürzer, desto besser. Das stimmt richtig. Also wenn man viel in Europa unterwegs ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich ein etwas kleineres Fahrzeug zuzulegen. Was ich toll finde übrigens, ist die Öffnung. Ihr habt leichte Winkel überall verwendet, die das Fahrzeug nochmal öffnen. Also hier zum Beispiel die Garderobe ist leicht angewinkelt, öffnet sich hier zu, sodass du eine ordentliche Durchgangsbreite hast. Der Vinylboden, da kommt man hier an den Zwischenboden ran. Ist das möglich? Genau richtig. Wir haben diverse Klappen in den Autos, die man entweder von oben als Stauraum nutzen kann. Aber das Wichtigste ist für uns eigentlich, dass die gesamte Technik des Fahrzeugs erreichbar ist, ohne dass man großartig den Möbelbau auseinandernehmen muss. Das ist vielleicht wichtig. Tanks, kannst du die auch entsprechend ausbauen, wechseln? Geht das? Bei den Tanks müssten wir ein paar Schrauben losdrehen, aber ja. Würde gehen. Also es könnte ja mal sein, Unfall. So, das Wichtigste ist ja, Thema Teilintegrierte. Jetzt hat man hier vielleicht Gurtplätze drin. Gut, bei der Doka habe ich natürlich die gleiche Fahrzeugsicherheit wie bei einem Kastenwagen letztendlich. Aber hattet ihr schon mal Auffahrunfälle, wo jemand hinten auf dem Kerkamm draufgefahren ist? Wie sehen die Autos aus, wenn die komplett zerlegt? Oder sehen die anderen schlechter aus? Also wir müssen auch zugeben, wir hatten noch keinen Auffahrunfall, der stark war. Bei den Auffahrunfällen, die wir bis jetzt gesehen haben, wurde der Möbelbau überhaupt nicht beeinträchtigt. Wie gesagt, er wird auch dafür gebaut, dass wir Offroad-Fahrten machen können. Also sehr, sehr stabil. Sicherheit ist nämlich das Thema. Also das, wenn man fährt, nicht irgendwie, es kommt zum Unfall, das ganze Fahrzeug liegt auf der Autobahn, sieht man solche Horrorbilder. Das ist eine ganz andere Bauweise. Hier reden wir über feste Verbindungen, Offroad fahren und so weiter. Es gab einen großen Camping-Boom. Habt ihr das erlebt auch, dass die Leute es auch bei euch haben? Während der Corona-Phase war, glaube ich, da war das ja das beliebteste Hobby der Deutschen oder auch der Europäer generell. Wir haben auch immer noch sehr, sehr viele Aufträge, die wir von im letzten Jahr abarbeiten. Viele auch, die bei Null angefangen haben, direkt bei Kerkam, bei euch. Das erste Fahrzeug. Tatsächlich ja. Also überrascht mich auch manchmal, aber es gibt Leute, die machen das. So, dann zeig mir mal bitte, hier vorne gibt es wahrscheinlich noch eine Verlängerung. Hier kann man ein Bett draus machen, aus dem Polster eigentlich? Oder ist es eine Sitzverlängerung? Das ist eine Sitzverlängerung, was wir jetzt hier haben. Haben wir hier vorne auch nochmal, sodass wir nachher theoretisch sechs Personen entspannt sitzen können. Sehr schön. Hier ist noch ein Schrank dahinter? Da in dem? Wir haben noch einen Schrank dahinter, genau. Der ist doch viel größer, als ich dachte, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil der sieht von außen sehr kompakt aus. Ja, und das Coole hier bei dem Auto ist, es ist quasi, es hat keine, wie soll ich das sagen, keine Voreinbildung, wenn du damit auftrittst. Das ist mir aufgefallen, gerade bei den, also du kommst am Campingplatz und dann kommst du natürlich mit so einem größeren Fahrzeug. Du weißt, was ich will, ja. Und du kommst aber mit dem Daily und dann kommen alle angerannt und sagen, wie geil, ein Daily und so weiter. Dann kommst du mit so einem großen und dann passiert oft so, dass die Leute erstmal gucken, wer ist denn da drin, wo hat der das Geld her und so weiter. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ich fahre ja auch gerade einen Daily, Eikhofen, total, die Leute wissen gar nichts, damit es anzufangen. Die denken, könnte auch ein Hümer sein oder irgendwas. Also sehr, sehr freundlich für die Allgemeinheit. Ist das ein Thema bei Kunden? Nee, eigentlich nicht. Auch nicht. Ich glaube, den meisten ist das bewusst, dass wenn sie sich einen großen LKW kaufen, dass sie auch viel beäugt werden. Obwohl auch viele Kunden, die den Daily fahren, sagen, wenn ich mit sowas auf den Campingplatz komme, dann habe ich viele Zuschauer. So, mach mal auf. Jetzt bin ich mal gespannt. Duschen kann man drin. Ich nehme an, Vorrat hier Wasser, einige hundert Liter, oder? Was haben wir bei dem? Ja, wir haben 300 Liter Frischwasser jetzt bei dem, Trockentein-Toilette und vor allen Dingen auch eine ordentlich anständig große Dusche mit Edelstahl-Duschwanne und separater, wie nennt man das? Warte, ich gucke mal. Also zum Dusch zuziehen ohne Duschverhang etc. Achso, die feste Duschabtrennung. Genau. Okay, die da drauf ist. Okay, praktisch wie zu Hause. Das ist gut, wie zu Hause, genau. Das ist noch ein Mack-Fan? Nee, nicht. Aber das ist drin. Also es ist auch hier recht pragmatisch. Ich würde es fast nennen zeitlos. Also die Fahrzeuge sollen ja lange halten. Die ältesten Fahrzeuge, wie lange sind die schon auf der Strecke? Um die zehn Jahre, also so alt wie die Firma ist sozusagen. Also zehn Jahre ungefähr, so sieht man das da. Und ja, sie sollen ja auch lange halten. Trends können ja gewechselt werden. Was mir auffällt, ist, dass sie nur so Akzente setzt. Das heißt also, die Farben stecken eigentlich in den Polzern drin. Und wenn das mal nicht mal aktuell ist, kann man die Polzer wechseln. Genau, richtig. Das ist immer am einfachsten. Holz wie Eiche ist zeitlos. Farbe Weiß ist auch zeitlos. Und helles Holz. Genau, wenn man mit den Polzern ein bisschen spielt oder mit Akzenten nachher noch im Auto ein bisschen spielt, da kann man da schon unheimlich viel rausholen. Und wie du gerade sagst, das ist auch einfach auszutauschen, wenn man nach fünf Jahren sagt, das gefällt mir jetzt nicht mehr. Satt gesehen. Und irgendwann sind die Polster gut. Die werden wahrscheinlich länger halten als das Auto. Aber vielleicht hat man sich ja irgendwann auch mal satt. Ja, ist ja oft so. Wenn das eine gute Polsterqualität ist und das wird es wahrscheinlich sein, dann halten die auch lange. Das stimmt, richtig. So, komm, wir gehen mal raus. Das muss man mal zeigen. Also man ist schon hoch hier. Das heißt, du stehst also dann über allem. Sag mal, wenn jetzt einer kommt und sagt, ich kenne eine Hubstützenanlage, wird der sofort nach Hause geschickt? Hubstützen sind es schwierig. Bis fünf Tonnen bietet Goldschmidt sie ja an. Wir sind gerade mit Goldschmidt bei, ob wir beim Sieben-Tonner was machen können. Aber aktuell kann ich da noch keine endgültige Aussage zu treffen. Und du rümpfst so ein bisschen, weil ich habe meinen nämlich auf Auffahrkeile gefahren. Der hat nämlich keine. Ich glaube, die Kundschaft hier, die das kauft, die kann mit Keilen ganz gut arbeiten. Die stehen auch mal gerne schief oder das ist denen auch egal? Genau richtig. Das ist egal. Und man muss halt auch bei der Hubstütze immer sagen, egal wie sie verbaut wird, sie nimmt ein bisschen der Bodenfreiheit weg. Dementsprechend ist das gar nicht so ein großes Thema bei den Allradfahrzeugen. Die muss ja auch irre lang sein hier. Also hier wurde noch ein bisschen was getunt, sage ich jetzt mal. Am Fahrwerk habe ich erfahren zumindest. Bei dem das kann man machen, aber der kommt, wie er da ist, eigentlich sehr mäßig schon ganz gut daher. Und ein tolles Fahrzeug. Du sagst zwischen 4.000 und 5.000 Euro. Ist man dabei? Ja, also nach oben gibt es eigentlich keine Grenze, je nachdem, was man sich einbauen will. Aber zwischen 400.000 und 500.000 Euro ist ein realistischer Preis für so ein Fahrzeug und auch an einer wirklich ordentlichen Konfiguration. Baut ihr denn viele 7,5 Tonner oder sind die meisten größere Fahrzeuge? Zwei Drittel sind große Fahrzeuge und ein Drittel ist ungefähr kleine Fahrzeuge. Also unter sieben. So, wir werden noch weiter filmen. Nicht mal heute, erster Einblick, den wir gemacht haben. Ich bin ganz beeindruckt auch hier von dem Fahrzeug hier, den Ton in Ton. Und ihr habt den Lack der Aufbaukabine, obwohl er matt ist, relativ gut getroffen. Es ist der gleiche Lack, nehme ich an, oder? Ist der gleiche Lack, genau. Also der Originalfarbcode von Iveco. So, und da ist es. Und auch das werden wir uns vielleicht mal morgen angucken oder übermorgen. Ja, du bist gespannt. Heute Aufbautag. Es kommt noch ein Fahrzeug in zwei, drei Stunden. Ihr habt einen sensationell guten Platz. Was muss man denn tun, um so einen Platz zu kriegen? Ihr seid direkt am Eingang rechts. Das darf ich leider nicht verraten. Sehr schön, das war sehr diplomatisch. Dein Name nochmal? Kai Schröder. Kai Schröder von Kerkamp Weltreisemobile. Kerkamp Weltreisemobile, ein Zungenbrecher. Und heute haben wir den 7. Juni 2023. Abenteuer Allrad. Tschüss.